Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Hier in der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir bei Vorlesung 7, wo wir uns heute mit den zwei Seitentieren oder fachchinesisch ausdrückt Milateria befassen werden und wie ihr anhand des Bildes sehen könnt, kommen da auch einige Vertreter vor, die uns durchaus in freien Natur begegnen und bekannt sind. Und zu denen arbeiten wir uns vor, indem wir uns zunächst unter Punkt 1 die Taxonomie der zwei Seitentiere anschauen und wie immer gehen wir dann tiefer in die taxonomischen Untergruppen rein. Hier unter Punkt 2 die Ohrmünder, die Protostomia und unter Punkt 3 die Neumünder, die Deuterostomia. Dann haben wir bei den Neumündern die Untergruppen oder Unterpunkte 3 1 die Taxonomie, 3 2 Ambulacraria, 3 3 die Rückenseitentiere, auch Cordata genannt. Und bei denen schauen wir uns dann weiterhin an, unter 3 3 1 die wichtigsten Merkmale der Cordata anhand der Seescheidenlarve, unter 3 3 2 die Taxonomie der Rückenseitentiere, unter 3 3 3 die Schädellosen, unter 3 3 4 die Manteltiere und unter 3 3 5 die Wirbeltiere. Also ihr seht, da ist einiges zu tun. Fangen wir am besten direkt an. Und zwar wie immer mit der groben taxonomischen Gliederung unserer Gruppe, um der es geht, in dem Fall also der zwei Seitentiere, der Bilateria. Deren genaue taxonomische Gliederung ist recht stark umstritten, da die morphologische Gliederung nicht zu den Ergebnissen der genetischen Untersuchung passt. Und die rein genetische Zuordnung jedoch teilweise Organismen mit verschiedenen morphologischen Merkmalen zusammengliedert. Allerdings legen wir hier dennoch die genetische Zuordnung, einfach aus dem Grund, weil diese halt die dominantere Methode ist. Also, wir können jetzt sagen, je nachdem was wir zugrunde legen, können wir hier verschieden einteilen. Tun wir es genetisch einteilen, unterscheiden wir hier zwischen den Neumündern, den Dieterostomia, und den Ohrmündern, den Protostomia, die im Gegensatz zu den Neumündern keinen Überstamm darstellen, sondern aktuell noch ranglos sind. Ja, bei den Ohrmündern, zu denen zählen halt alle Tiere, bei denen sich in der Entwicklungsphase der Gastrulation aus der Plastusbohre eine Mundöffnung, der sogenannte Ohrmund bildet, während sich erst später ein Anus entwickelt. Das heißt, anders ausgedrückt, wichtiges Merkmal, erst Mund, dann Anus. Das sieht man hier nochmal etwas komplizierter dargestellt, aber wir können ganz gut sehen, hier im Süden bildet sich die Plastusbohre, der Mund, und erst später der Anus in der hier dargestellten Oberseite. Wichtiges weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass sich das zentrale Nervensystem auf der Ventralseite, also auf der Bauchseite, befindet. Im Gegensatz zu den Neumündern, den Deuterostomia, zu denen zählen alle Tiere, bei der sich in der Entwicklungsphase der Gastrulation aus der Plastusbohre der After bildet, werden sie später erst eine Mundöffnung entwickelt, also quasi genau andersrum. Erst kommt der Anus, dann kommt der Mund. Weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, das kann sich jetzt wahrscheinlich jeder denken, dass das zentrale Nervensystem nicht auf der Ventralseite, sondern auf der Dursalseite, aus der Rückenseite, zu finden ist. So, damit sind wir schon auch bei der Taxonomie der Neumünder. Und nach aktuell gültiger Fassung werden die Neumünder zunächst in die Ambulacraria, welche Kiemlochtiere und Stachelhäuter umfassen, und in die Chordata, die Rückenseitentiere, gegliedert, welchen Hauptbestandteil der Neumünder ausmachen. So, bei den Neumündern haben wir hier also die Ambulacraria und die Rückenseitentiere. Bei Ambulacraria, die sind ranglos, die Chordata, die Rückenseitentiere, bei denen handelt es sich halt um einen Stamm. Ja, schauen wir uns die Ambulacraria etwas genauer an. Die Ambulacraria können auch Zölomorpha genannt werden, und das leitet sich aus dem Wort Morpha, was veränderlich bedeutet, und dem Zölom, was quasi die Körperhöhle beschreibt, ab. Und damit können wir sagen, es sind Tiere mit veränderlicher Körperhöhle. Alle Vertreter sind marin, das heißt, leben im Meer. Die Larven leben planktonisch, das heißt im Wasser, und zwar dort treibend. Und die erwachsenen Tiere, also die Adulttiere, leben bäntig, also am Meeresboden. Hä, toll, da haben wir jetzt doch glatt in einer Folie drei interessante ökologische Begriffe gelernt, und zwar marin, planktonisch und bäntig. Wunderbar. Wichtigstes Merkmal ist die Archimerie bzw. Trimerie, die Teilung des Körpers in drei Abschnitte. Hier rechts dargestellt, seht ihr schon, der Fotoabschnitt wird Prosoma, der mittlere Mesosoma, und der hintere Abschnitt intelligenterweise in Metasoma genannt, was wirklich so viel wie vorne, Mitte, Hinten bedeutet. Und es gibt viele Taxone, die so eine Trimerie aufweisen, wie zum Beispiel die Insekten. Allerdings gibt es keine anderen, deren Körperhöhle so unterteilt ist und dieser Aufteilung folgt. Bei Insekten haben wir nämlich eindeutig eingeteilt vorne Karbut, der Kopf, dann kommt der ganze Wespenkörper und hinten das Abdomen, das Hinterteil. Und das ist vom Aufbau her zwar auch eine Dreiteilung, aber funktionell und morphologisch total anders. Ja, damit sind wir bei Punkt 3.3 angelangt, den Rückenseidentieren, die Chordata oder auch Chordatiere. Und die tragen ihren Namen aufgrund ihres wichtigsten Identifikationsmerkmals, und zwar, dass sie eine Dorsal, also am Rücken gelegene Achsenskelett haben, und die wird in der Regel Chordatorsalis genannt. Und hier bei dem abgebildeten Sternfleckensammler ist diese gut zu erkennen, und zwar in Form der Wirbelsäule, was quasi schon eine entwickelte Chordatorsalis ist, die wir ja auch besitzen. Die Chordatorsalis und oder die Wirbelsäule, die ja quasi die Weiterentwicklung ist, muss in mindestens ein Entwicklungsstadium vorhanden sein und dient der Stütze des Körpers, sowie der Einleitung der Bildung des zentralen Nervensystems, ist also extrem wichtig. Und wie ich schon sagte, bei höheren Vertretern ist keine Chordatorsalis vorhanden, sondern die richtige feste Wirbelsäule. Und wenn wir uns die Chordatiere, zu denen wir auch zählen, anschauen wollen, müssen wir uns natürlich die wichtigsten Merkmale irgendwie veranschaulichen, und das machen wir anhand der Seescheidenlarve, die ja exemplarisch abgebildet ist. Mit sechs dargestellt die Chordatorsalis, beziehungsweise Wirbelsäule, die das dorsalgelegene und namensgebende Stützskelett darstellt. Über dieser gelegen ist das mit sieben gekennzeichnete Neuralrohr, welches sich bei der embryonalen Entwicklung aus dem Ektoderm bildet und aus dem sich ein zentrales Nervensystem später entwickelt. Mit dreieckiger gestellt hier der Chiemdarm bildet später die Chiem oder er wird zurückgebildet, je nachdem ob man Chiem braucht oder nicht. Und mit fünf, ganz wichtig, das Herz. Das liegt in der Regel ventral und pumpen Blut durch ein Blutreißlaufsystem. Ihr seht, alles Bauteile, die wir mehr oder weniger auch haben. Und damit fassen wir jetzt mal die Taxonomie der Rückenseitentiere zusammen. Dieser Stamm umfasst die Schädelosen als Unterstamm, die Cephalocordata. Dann haben wir noch die Wirbeltiere, zu denen wir auch gehören, die Vertabrata, der Unterstamm. Und ein weiterer Unterstamm, die Mandeltiere, die Urochordata. Zwischen den nächsten Verwandtschaftsverhältnissen der Unterstämme ist sich die Wissenschaft allerdings noch nicht so ganz einig. Allerdings gibt es zwei anerkannte Entwicklungshypothesen. Die erste ist die Olfaktoris Cephalocordata-Hypothese. Hier wird angenommen, dass Wirbeltiere und Mandeltiere näher miteinander verwandt sind. Das würde voraussetzen, dass die ursprünglichen Chordaten einen zweiteiligen Entwicklungszyklus mit einer sessilen, also festsitzenden, Adultform und einer freischwimmenden Larvenform hatten. Wirbeltiere und Mandeltiere hätten sich aus der Larvenform folglich entwickelt. Siehe uns, wir sind ja auch aus einer Art Larvenform, die nicht sessil ist. Dafür spricht, bei Ontogenese der Muskeln sind das Ontopax-Gene aktiv. Die Morphologie der Chordata, äh, Chorda dorsalis ist sehr ähnlich. Und die Zellen sind durch Tide Junctions, also Bänder aus Membranproteinen, die Epithelzellen und Gurten verbinden, äh, miteinander verbunden. Kann man sich wie Spanggurte vorstellen, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wörtlich übersetzt heißt das wirklich so viel wie dichte Verbindungen. Man sieht, es kommt aus dem Englischen. Das sind auch recht bekannte Begriffe. Die hier in grün dargestellten Proteinkomplexe tun die blau dargestellten Epithelzellen wirklich recht fest um Gurten und tun so die Zellzwischenräume verschließen, indem sie sie wirklich zusammenziehen. Das führt dazu, dass zwei benachbarte Zellen verbunden sind und eine Diffusionsbarriere halten, da Stoffe nun nicht mehr zwischen den Zellfreiräumen ungehindert diffundieren können. Daraus erfolgt natürlich, dass nur noch ein gerichteter Transport über Epithelzellen möglich ist und damit eine bessere Kontrolle, also eine sehr sinnvolle Entwicklung. Die zweite These ist die Notochordata-Orochordata-Hypothese. Da wird angenommen, dass Wirbeltiere und Schädellose näher miteinander verwandt sind. Das würde wiederum voraussetzen, dass die ursprünglichen Chordaten sowohl in Adult- als auch Larvenform freischwimmt waren und sich diese Sile, also die festsitzende, heute bekannte Adultform, erst später entwickelt hat. Dafür spricht das Vorhandensein einer Chorda dorsalis, die sich über die gesamte Länge erstreckt, dass Kopf und Schwanz bei Adultformen unterschieden werden kann und dass wir hier ein geschlossenes Blutgefäßsystem vorliegen haben. Dagegen spricht, dass die Schädellosen einheitlich segmentiert sind, während bei Wirbeltieren kein Stadium auftritt, welches diesen in irgendeiner Form gleicht. Ihr seht, man kann jetzt je nach Argumentation hier wieder mal sagen, entweder oder. Ich behaupte mal, solange das nicht abschließend geklärt ist, würde man, tut man es entsprechend begründen, eigentlich damit entsprechend weiterkommen. Wir befassen uns jetzt aber, egal wie wir es begründen, erstmal mit dem Schädellosen, den Cephalochordata. Und dieser Unterstamm beinhaltet nur noch die Gattungen der Lanzettfischen. Die restlichen Vertreter sind ausgestorben. Wirtlich übersetzt bedeutet der Name so viel wie Kopfkordaten. Und die Vertreter haben eine schlanke, fischförmige Gestalt, seht ihr hier rechts gut dargestellt. Es fehlt eine echte Wirbelsäule, und das ist auch ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den Wirbeltieren. Und die Vertreter haben weder einen Schädel, noch ein Gehirn, noch Extremitäten. Sie sind quasi extrem simpel dafür, dass sie quasi höher entwickelt sind. Ja, damit sind wir bei den Manteltieren, den Urucordata. Eine sehr schöne, vielseitige und farbenträchtige Gruppe, wie man hier am Bildschirm erahnen kann. Interessant ist allerdings, dass viele nicht wissen, dass die ursprüngliche Name mal Tunicata war. Und jeder hat schon mal den Begriff Tunica gehört. Das bedeutet zu viel Mantel. Und dies beschreibt auch ihr wichtigstes Merkmal, und zwar das Vorhandensein eines Kudikularmantels. Jeder dieser Vertreter hat das, und andere aus anderen Gruppen nicht. Und dieser Kudikularmantel entsteht durch Abschaltung von der Epidermis und besteht aus Zellulose. Das heißt, das ist ein wunderbares Merkmal, denn kein anderes Lederwesen kann diese Verbindung, die typisch für Pflanzen ist, herstellen. Die meisten Vertreter sind zesil, also fest am Boden lebend. Alle Vertreter sind auch maritim, das heißt im Salzwasser, schrägstrich meerenlebend. Die Adultformen weisen nicht mehr die typischen Merkmale der Chordata auf. Die Larven hingegen haben eine Chorda dorsales und ein Neuralrohr, womit der gesamte Unterstamm den Anforderungen zur Zuordnung der Chordata erfüllt. Die Manteltiere nehmen Nahrungspartikel durch Filtration von Wasser auf und verfügen über komplexe Fortpflanzungsmechanismen, die zwischen sexuell und asexuell wechseln können, je nach den Bedingungen. Die für uns wahrscheinlich interessanteste und bekannteste der hier vorgestellten Gruppen sind dann die Wirbeltiere, die Wertebrater. Klar, wir zählen selber dazu, als haben wir da auch eine gute Vorstellung von. Und auch die bei uns bekanntesten Vertreter des Tierreis stammen aus dieser Gruppe und die umfassen halt Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische und Säuger. Allerdings auch die weniger bekannten Überklasse der Rundmäuler zählt zu den Wertebrater, weshalb viele den Namen Schädeltiere, Kranjota, statt Wirbeltiere, Wertebrater bevorzugen, da die Rundmäuler über keine Wirbelsäule verfügen. Und damit ist eigentlich der Begriff Wirbeltiere nicht passend von dem taxonomischen Standpunkt gesehen. Denn es haben halt nicht alle Wirbel. Folgende typische Apomorphien, also Merkmal, die neu aufgetaucht sind und damit eine Abgrenzung zu anderen Gruppen und Traktionen ermöglichen, sind für die Wertebrater typisch. Das erste ist, dass die Epidermis sich in die eigentliche Epidermis, die Oberhaut, die Dermis, Lederhaut und Subkutes, Unterhaut, differenzieren lässt. Alle drei zusammen bilden die Haut. Ist bei uns auch so. Die Epidermis, also quasi die obere, die äußerste Haut, nimmt hier vorwiegend Schutzfunktion ein. Die Dermis beinhaltet Muskeln, Drüsen und versorgt die Epidermis mit Nährstoffen. Und die Subkutes enthält Nerven und Blutgefäße und versorgt die Dermis mit Nährstoffen. In allen drin sind verschiedenste Sinneszellen. Man hat vielleicht mal, wenn man schon mal ein paar Probleme hatte, von der Tiefen- und der Oberflächensensität gehört. Das hängt mit diesen verschiedenen Schichten zusammen, weil in den verschiedenen Schichten verschiedene Nervenzellen sind. Zum Beispiel die ganzen thermalen Sachen sind eher tiefer angesiedelt, während Druck- und Schmerzrezessoren eher oben angesiedelt sind. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass sich um das Gehirn schützende Knochenschädel, das Kranium bildet. Bei den ebenfalls durch Strukturen geschützten Ganglien der Insekten und Krebse, ebenso wie das von einer Knobelkapsel ummantelte Gehirn der Tintenfische, handelt es sich um Analogien. Das bedeutet so viel wie, dass die Merkmale sich zwar auf ersten Blick recht ähnlich sind, aber kein gemeinsamer Vorwurf hatte diese. Also müssen sie logischerweise evolutiv in diesen Gruppen separat gebildet worden sein, sind also unabhängig voneinander entstanden, erfüllen aber ähnliche oder gleiche Funktionen. Und, taxonomisch interessant, das Merkmal sieht gleich aus, die verwandtschaftlichen Verhältnisse haben hier aber mit diesem Merkmal dann quasi nichts zu tun, das ist nur Anschein. Daher ist die morphologische Gliederung teilweise auch immer sehr, sehr schwer, weil natürlich auf den ersten Blick nicht immer gut erkannt werden kann, ist dieses Merkmal nun ein Merkmal, das identisch ist, oder hat es sich separat entwickelt? Ein drittes wichtiges Merkmal ist die Ausbildung des Labyrinthorgans als Gleichgewichtsorgan. Bei vielen Vertretern kommt es in abgewandelter Form innerhalb des Ohrs vor, wie bei uns. In der Regel liegen Statolyten genannte Sinneszellen vor, die sich in einem dreidimensionalen, mit Flüssigkeit gefüllten Bogengangsystem befinden, dem sogenannten Labyrinth. Und bei Neigung bewegt sich natürlich dann die Flüssigkeit durch die Erdanziehungskraft und die darin befindlichen Statolyten. und das ermöglicht natürlich eine Räumschutzordnung. Viertens, die Ausbildung des Gehirns aus dem Neuralrohr. Die Vorderseite des Neuralrohrs bildet sich zu einem Gehirn aus, welches geschützt im Schädel liegt und komplexe Denkprozesse ermöglicht. Der hintere Teil des Neuralrohrs verbleibt als Rückenmark. Zusammen bilden Gehirnrückenmark das zentrale Nervensystem. Ich denke, das kennt man von sich selbst ganz gut. Um diese ganze Informationsflut ein bisschen zu festigen, habe ich mir wieder ein paar schöne Übungen ausgedacht. Und wie immer, hier die Ansage, pausiert an der Stelle das Video, nehmt Stift, Zettel, Papier, irgendwas, was euch hilft, diese Aufgaben niederzulegen, niederzuschreiben, zu verfassen, was auch immer, zur Hand. Versucht sie am besten zu lösen. Ich springe natürlich schon mal zu den Lösungen. Und dann schauen wir mal, ob alles so angekommen ist, wie es ankommen sollte. Ich wünsche euch noch mal ganz viel Erfolg. Bis gleich. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich benötige zwölf Folien, allerdings waren sie auch aufwendige Aufgaben, von daher berechtigterweise. Okay, Aufgabe 1 war, warum ist die taxonomische Gliederung der zwei Seidentiere, also Bilateria, umstritten. Ja, weil die morphologische Gliederung nicht den Ergebnissen der genetischen Untersuchung entspricht, aber die reingenerische Zordnung jedoch teilweise Organisieren mit verschiedenen morphologischen Merkmalen zusammengliedert. Das heißt, beide Systeme enthalten Widersprüche, egal wie man es macht, man kommt auf keinen einheitlichen Nenner. Das macht die Sache natürlich unsicher und diskutabel. 2. Welchen Lebensraum bevölkern die Ambulacraria? Worin unterscheiden sich die Larven von den Adulttieren bezüglich ihres Vorkommens in diesem Lebensraum? Das war, denke ich, auch einfach. Alle bevölkern Meere, sind also marin, beziehungsweise Salzwasser marin. Während die Larven frei im Wasser schwebend leben, planktonisch sind, sind die Adulttiere am Boden lebend bentisch. Man kann auch Cecilie sagen, ist nicht zwingend falsch, aber bentisch verwendet man auch sehr gerne. 3. Worum handelt es sich bei Teig-Junctions und wozu dienen sie? Ja, der Name ist Programm. Das sind Proteinkomplexe, welche Epithelzellen umgurten und fest zusammenhalten und damit Zellzwischenräume verschließen. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Stoffe nun nicht mehr zwischen den Zellfreiräumen ungehindert irgendwie diffundieren können. Das heißt also, wir haben eine sogenannte Diffusionsbarriere. Nein, jetzt ist fast nur noch ein gerichteter Transport über Epithelzellen möglich, was natürlich eine Steuerung von diesen extrem begünstigt. 4. Warum ist der Name Wirbeltiere, also der Wertebrater, verwirrend und wird oft durch den Namen Schädeltiere Cranjota ersetzt? Das hatte ich denke ich auch ganz gut erklärt. Einfach, weil die Überklasse der Rundmäuler ebenfalls zu den Wertebrater zählt, diese aber über keine Wirbelsäule verfügen. Und damit haben wir in der Gruppe der Wirbeltiere Haltvertreter, die keine Wirbel oder Wirbelsäule haben. Und das ist erstmal vom Namen her verwirrend. 5. Hier hatte ich das Bild der Seescheidenlarve gegeben und die Aufgabe gestellt, dass die doch bitte beschriftet und erläutert werden möge. Dargestellt haben wir hier die Corta dorsalis unter Punkt 6, beziehungsweise Wirbelsäule, das kommt dran jetzt, wenn wir es nur exemplarisch machen, kann es ja beide sein, die das Dorsal gelegene und namensgebende Stütz-Skelett darstellt. Über dieser Gelegen ist das Neuralrohr hier mit 7 dargestellt, das sich bei der Prionalentwicklung aus dem Ectoderm bildet und aus dem sich dann später das zentrale Nervensystem entwickelt. Dann haben wir den Chiemdarm, hier unter Punkt 3, der später die Kiel, entweder die Chiem bildet oder zurückgebildet wird. Und fünftens, beziehungsweise mein Punkt 4, aber auch in der Zeichnung als 5 gekennzeichnet, ist das Herz, welches ventral liegt und dazu dient, das Blut durch ein Blutkreislaufsystem zu pumpen und damit alle Organe mit Nährstoffen und Luft schräg durch Wasser zu bereichern. Sechstens, worum handelt es sich bei Apomorphin? Nenne drei wesentliche davon bei den Wirbeltieren. Ja, das sind Merkmale, die erstmalig in einer Gruppe neu aufgetaucht sind und damit eine Abgrenzung zu sein in anderen Gruppen, also in anderen Aktionen, erfordern und ermöglichen. Für Wirbeltiere gibt es folgende typische Apomorphieren und zwar, dass die ursprüngliche Epidermis sich in jetzt drei Unterhauten, sage ich mal, differenziert und zwar die Epidermis, die Oberhaut, die hauptsächliche Schutzfunktion hat und in der Oberflächensensität vorherrscht, die Dermis, quasi die mittlere Haut, die Lederhaut korrekt heißt, in der sich halt auch Fett- und Blutzellen befinden und die Subcudis, die Unterhaut, in der auch die Tiefensensi ist, die auch die Blutgefäße und auch Nervenbahnen langlaufen. Alle zusammen bilden das, was wir gemeinhin als Haut bezeichnen. Wichtiger anderer Apomorphie ist, dass sich um das Gehirn der schützende Knochenschädel das Kranium bildet. Dritter Punkt, wir haben ein Labyrinthorgan, das als Gleichgewichtsorgan dient, das oftmals auch in Ohren vorkommt und drei Säugen genannt werden, alternativ habe ich jetzt das vierte natürlich noch aufgeführt, es wird ein Gehirn gebildet und zwar aus dem Neuralrohr. Dort genau aus dem Vorderteil, aus dem Hinterteil wird halt dann quasi alles, was da dran hängt und wir kennen das als Rückenmark. Siebtens, entwickle ein morphologisches Bestimmungsschema für die zwei Seitentiere bis hin zu den Untergruppen der Rückenseitentiere. Ordne folgende drei Taxone den entsprechenden Gruppen zu und begründe deine Zuordnung. Ja, ihr seht am Smiley, das war eine Aufgabe, die wirklich komplettes Wissen dieser Vorlesung erforderte und ja, ich sage auch mal ein bisschen überlegen, daher dieser Höhe Schwierigkeitsgrad und ich stelle euch das gerne vor, wenn ihr es nicht habt, ist das nicht schlimm, aber ihr könnt euch das gerne anschauen. Wir fangen natürlich an mit den zwei Seitentieren, dem Bilateria und wenn wir jetzt weiter bestimmen wollen, müssen wir uns die Fragen stellen, entsteht bei der Entwicklung zuerst der Mund eine Möglichkeit oder alternativ befindet sich das zentrale Nervensystem auf der Ventralseite. Diese beiden Sachen helfen uns schon bei der Unterscheidung. Antworten wir auf einen der Fragen mit Nein, landen wir bei den Neumündern, den Deuterostomia und gehen dann zur Lösung 7. Antworten wir mit Ja, sind wir schon bei den Urmündern, den Protostomia. Sind wir jetzt bei den Neumündern, den Deuterostomia gelandet, müssen wir uns ein bisschen weiter befassen und zwar mit der Frage, ist eine Chorda dorsales oder Wirbelsäule vorhanden? Falls nicht, herzlich willkommen bei den Ambulacraria. Falls doch, sind wir bei den Rückenseitentieren, den Chordata. Dort müssen wir uns dann fragen, Schädel, echte Wirbelsäule, Extremitäten oder echtes Gehirn vorhanden? Falls nein, dann sind wir bei den Schädellosen, den Cephalochordata. Falls doch, dann schauen wir mal bei Lösung 8. Da sind wir jetzt. Da müssen Sie im Standen erstmal, ehe wir überhaupt eine Untergruppe festlegen können, ein paar weitere Fragen stellen. Und zwar zum Beispiel, ist kein Kudikularmandel aus Cellulose vorhanden? Oder, eine andere Frage, die uns weiter hilft, Epidemis gliedert sich in drei Schichten? Oder eine andere Alternative, um Gehirn befindet sich ein echter Knochenschädel? Oder, ist ein Labyrinthorgan vorhanden? Oder ein echtes Gehirn vorhanden? Ihr seht, wir fragen hier quasi die Merkmale der Wirbeltiere ab. Einen der Fragen hättet ihr wählen müssen und ist einer davon mit Nein beantwortet, landen wir bei den Manteltieren, den Urochordata. Habt ihr die Frage mit Ja beantwortet, sind wir bei den Wirbeltieren, den Werteprater. So, das wenden wir jetzt noch unsere Beispiele hier an, und zwar beim Regenwurm. Erste Frage, entsteht bei der Entwicklung zuerst der Mund? Ja, tut es. Dann sind wir bei den Urmündern, dem Protostomia. Und quasi schon am Ende bei dem. So, bei Diplosoma Virens, müssen wir uns die Frage stellen, ob sich bei der Entwicklung zuerst der Mund bildet. Die erste Frage, die wir ja sowieso stellen müssen. In dem Fall Ja, da sind wir schon bei den Neumündern. Bei unseren kleinen Kätzchen hier, entsteht da zuerst der Mund? Ja, okay, da sind wir auch bei den Neumündern. Da machen wir auch weiter, denn die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, ist eine Cortodossalis oder Wirbelsäule vorhanden? Ja, ist bei Diplosoma Virens und damit sind wir bei den Rückenseitentieren, den Chordata. Bei der Katze ist sowas auch vorhanden, also landen wir auch bei den Chordata. Dann, Schädel, echte Wirbelsäule, Extremität oder echtes Gehirn ist vorhanden? Ja. Katze, ja. Also müssen wir weitere, wichtigere Abfragen machen. Bei Diplosoma Virens kein Kutikularmantel aus Tätselzöhnlose? Nein, denn sie hat ja einen. Damit sind wir bei den Manteltieren, den Orochordata. So, hat die Katze keinen Kutikularmantel? Ja, sie hat keinen. Und damit ist sie ein Wirbeltier, ein Wertebrater. So, und damit sehen wir jetzt die Endauswertung. Der Regenbogen ist ein Ohrmünder, Diplosoma Virens ist ein Manteltier und die Hauskatze ist ein Wirbeltier. Und ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe wieder mal, es war für euch interessant, hat euch Spaß gemacht oder euch was beigebracht. Am besten natürlich alles zusammen. Wie immer würde ich mich über einen Daumen hoch, gute Bewertungen, Anregungen freuen. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Hoffe, wir hören uns wieder. Naja, eigentlich hört ihr noch mich, aber ich sehe es, wenn ihr es seht. Das können wir ja eigentlich auch so werten. Aber auf jeden Fall sage ich bis dahin erstmal Tschüss, habt viel Spaß, macht euch eine schöne Zeit. Bis nächstes Mal.